So, guten Morgen. So. Ja, was gibt's denn noch so? Wo ich jetzt gerade so die Hintergrundmusik höre. Man hört sie wahrscheinlich bei euch vielleicht nicht ganz so sehr. Ich hab's mal getestet. Wenn ich die jetzt auf Lautsprecher laufen lasse, höre ich die so gut wie gar nicht. Ich könnte es auch ausschalten, wenn ich jetzt spielen würde. Und auf dem Kopf hören habe ich das Gefühl, mir fliegende Ohren weg. Das ist doch da schon ein himmelweiter Unterschied. Das ist schon teilweise extrem. Ach, du bist der mit dem Sattel. Gut. Ähm. Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte eigentlich... Ach, hier haben wir Akazienholz genutzt. Äh, eigentlich... Mal gucken, ob wir hier noch mehr Steinen haben. Aber ich glaube, die ganzen Kisten haben wir leer gelassen. Ja. Das heißt, hier ist gar kein Baumaterial drin. Na. Na. Es sei denn hier vielleicht noch in irgendeiner Kiste, die hier irgendwo versteckt irgendwo rumsteht. Ne, da oben hängt noch einer rum. Aber nur der Kram ist nicht schön. So, das heißt, wir müssen... Mal kurz besorgen. Was brauche ich? Ich brauche Clean Stone, um daraus denn... Woh, ich hab's noch mitgenommen. Nein, hab ich nicht. Um daraus denn halt die Straße weiterzubauen, die dann Richtung Hafen weitergeht. Und dann Cobblestone, den anderen Stein, den ich noch so damit habe... So, was ich hier verwendet habe, kann wieder weg. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie das optisch schon besser aussieht. Ja. Mir wird schon irgendwas einfallen. Irgendwie verfluch ich, dass ich die Straße nicht breiter gemacht habe. Nicht acht. Ich hab jetzt hier sechs Breite, wieso ich keine acht Breite genommen habe. Ich weiß es einfach nicht. Ähm... Die können da rein. Ich hab gar keinen Clean Stone mehr. Gar nichts mehr. Das ist natürlich unschön. Wie sagt man so schön? Uncool. So, davon lassen wir mal... Eins, zwei, drei. Lassen wir mal hier die Steine. Koppelstorn habe ich auch so gut wie nicht mehr. Ah, mir gehen die Ressourcen wieder aus. Mir gehen die Ressourcen aus. Weil wir doch sehr viel Oberöde bauen. Wir bauen eigentlich so gut wie gar nicht unterirdisch. Das ist natürlich dadurch dann ein bisschen schade, dass mir dadurch die Ressourcen sehr stark ausgehen. Wir müssten eigentlich unterirdisch bauen. Ich hab aber nicht jetzt kein Projekt hier, wo ich sagen müsste, dass man sich unterirdisch setzen. Natürlich schade. Projekt Hammer, klar. Wir haben die Monsterpfeiler. Aber selbst die gibt eigentlich nicht so viel her. Haben wir ja schon festgestellt. Ja, da ist das Problem halt. Dass die halt nicht so viel hergibt. Ja. Machen wir so. Ja, die gibt nicht so viel her, die Monsterfalle. Und mir wirkliches Projekt für unterirdisch fällt mir gerade nicht ein. Ich wüsste eigentlich jetzt auch kein Projekt, was hier jetzt mir einfallen würde. Was unterirdisch sein müsste. Auf die Musik habe ich gerade keine Lust. Auf die Musik habe ich auch keine Lust. Ja, dann war die. Die ist besser. Komm, jetzt habe ich... Ähm, keys vergessen. Aber egal. Äh, wir können hier trotzdem... Schon mal loslegen. Das sind sechs. Das passt. Das kann man nämlich dann hier schon mal ganz gut erweitern. Äh, nee. Ähm, klar. Wo ich schon mal hier war, hätte ich glaube ich mal ein paar erstellen können davon. So, die tauschen wir mal aus. Jetzt machen wir hier hin. Das sind fünf. Sechs. So. Also hier gibt es ein bisschen Erde. Die Erde. Die brauche ich hier. Genauso wie da. Und da. So. Dann kann man hier... Das sind wieder... Das sind drei. Das heißt, hier kann man auch wieder was wegnehmen. Dann braucht man das hier nicht so machen. Ähm... Dann kann man hier... Das so machen. Dann hat man zwei. Dann kann man hier auch wieder... So machen. Und ähm... Ja, ich würde sagen, wir machen den Weg da oben schön hin. Und dann geht das. Äh, nee. Den Weg da oben schön hin machen ist doof. Genau. Der Weg kann nämlich hier weg. Diese blöden Lex, die gehen mir tierisch auf den Piss. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, das Ganze jetzt gerade zu ziehen. Also muss das so sein. Leider. So. Und ich habe eine Sache gesagt, die kann ich besser. Die bereiten wir jetzt definitiv schon mal vor. Um das Ganze dann vorzubereiten. Das kann man hier also schon mal schön machen. Der Weg geht hier lang. Also ich würde erst mal sagen, bis hier hin. Zwei, drei, vier, fünf, äh, so. Nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist der Weg. Das heißt, zack. Das wird hier definitiv schon mal zugemacht. Damit das Ganze dann auch Substanz hat. Und geht natürlich dann hier gerade weiter. So, dann kann man hier die Erde auch wegnehmen. Schön ist zu sehen, dass der Tunnel, der da lang läuft, noch unter der Erde läuft. Nicht, dass ich hier jetzt in ein Loch gefallen wäre. Das ist schon mal schön. Weil dann kann ich nämlich locker hier drauf Kies legen. Das ist so dadurch ja sehr schön. So. Ja. Ich habe gesagt, das kann ich besser, habe ich mal gesagt. Gut, das heißt, das machen wir jetzt auch besser. Habe ich einen Axt dabei. Ja, habe ich sogar, mit Haltbarkeit. Das heißt, das hier fällt erstmal alles weg. Weil ich das besser kann. Ich weiß, dass ich es besser kann. Es sieht besser aus, wenn ich es mache. Auf die andere Methode. Achso. Auf meine andere Methode machen. Das sieht dann schon mal besser aus. Das weiß ich. Und das machen wir jetzt auch. Ich war, glaube ich, damals einfach zu faul, es zu machen. Und das will ich jetzt nachholen. Das Ganze einfach mal optisch besser hinstellen. So, dazu brauchen wir die Schaufel. Das heißt, das hier kommt erstmal alles weg. So, dagegen kommt dann das hier. Dann kommt das hier auch weg. Dagegen kommt das. Und das zu stabilisieren. Machen wir mal das, das. Und dann kommt das, das hin. Ach ne. Kommt da nicht hin. Ähm. Halt. Da muss das, das hin. Muss. So, und damit kommt natürlich das so hin. Und nicht mal so, wie es ja vorher war. Dann halt das kommt dann so. Das kommt zu, da kommt man den hinsetzen. Jetzt habe ich natürlich kein Birkenholz dabei. Muss die Birkenholz sein. Gehe ich mal von aus. Wir bauen erstmal die andere Seite ab. Dann machen wir die eine Seite neu. Um das Ganze dann auch schön hinzusetzen. So. Natürlich wäre schön, wenn die Tunnel einfach noch besser wäre. So, dazu brauchen wir Cleanstown. Den habe ich glaube ich sogar dabei. Das heißt, das kommt weg. Das, 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 das auch. So. Ja, Birkenholzbretter. Sag ich doch. Ich glaube, hier sind Birken dazwischen. Da kann ich mir nur auf welche schlagen. Das ist dann auch halb so wild. So. Cleanstown habe ich. Das heißt, das gibt auch noch so dazu. So. So. Das kommt so. Wo habe ich jetzt? Naja. Muss ich mir jetzt nicht verstehen. Dann kommt das so. Ne, das war zu weit. Dann kommt das hier auch erst mal weg. Weil das kommt so. Das kommt so. Und das kommt so. So. Um das Ganze dann schön zu machen, wird das Ganze so gehandhabt. Na, falsch. Das. Das wird da so gehandhabt. Und das, das kommt auch alles erst mal weg. Und dann wird das Ganze so gehandhabt. Und das Ganze wird hier oben natürlich. Zack, zack. So. Nun schon sieht das Ganze anders aus. Schon sieht der ganze Eingang dann wirklich so aus wie ein Eingang. Wobei ich glaube, das müsste ich hier vorne durchziehen. Das müsste das weg. Das müsste so aussehen. Zack, ja. Ich kann es schöner. Genau, das kommt weg. Dafür kommt hier Erde rein. Das machen wir hier von oben zu. Da kommt Erde rein. Und dann machen wir das Ganze hier oben mal weg. Ich glaube, das sieht dann so einiges besser aus. Das Ganze kommt hier hinten. Ein nach hinten gelegt. Genau. Und hier kommt Erde rein. Und dann müsste das Ganze jetzt schon um einiges besser wirken. Ja, jetzt sieht das Ganze schon wieder aus wie so ein Tunnel. So, Stützpfeiler. Und hier so diese Eingangsabgrenzung mittels Holz. Das könnte man jetzt nochmal ganz hübsch machen, indem man sagt, so. Da habe ich das auch. So, dann sieht das noch besser aus, würde ich sagen. Nee, nicht ganz. Das muss weg. Dafür kommt der denn da hin. Ja. Das sieht um einiges besser aus. Das sieht nicht mal so stur aus. So, dafür kommt das so, so. Die kommen da ran. So, jetzt kommt der Zaun dran. Durchgang machen wir da hin jetzt. Zack, zack, zack. Ist natürlich nicht mehr ganz so einfach mit dem Zaun. Muss natürlich auch so gehandhabt werden, dass da nicht gleich die Monster reinspringen können. Aus dem Grund müssen wir hier ein bisschen Terraforming machen. Zack. 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 So. Also ganz verhindern kann man es nicht, das weiß ich, aber... Ein bisschen sollte man doch da schon ein wenig aktiv werden. So, das heißt, wir haben keine Zäune mehr. Man sieht, wie gerade breit das geworden ist. Und aus Sicherheitsgründen machen wir dann auf der Seite dann auch ein wenig davon hin.